Hallo zusammen! Heute ist sie die grosse, neue Eröffnung der Vögelischhaus-Filiale am HBZURI und es erwartet euch eine Shootboard-Challenge! Die Regel sind, jeder Kandidat hat 5 Minuten Zeit, in diesen 5 Minuten muss er die Passanten finden, denen die Schuhe putzen und die Anzahl der Schuhe, wenn er in diesen 5 Minuten putzen kann, kann er dann in der Vögelischhaus-Filiale gratis aussuchen. Deine 5 Minuten, Julia, starten jetzt! Musik Hast du schon mal Schuhe geputzt in deinem Leben? Ja. Aber noch nichts am Ende? Nein! Musik Musik Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.